Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10.524 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Reinigung der Wunde ist ein wichtiger Schritt in der Wundheilung. Die Reinigung der Wunde ist ein wichtiger Schritt in der Wundheilung. Ich gehe jetzt und nehme meinen Teddy mit. Ich möchte nicht mehr fotografiert werden. Ich gehe jetzt und nehme meinen Teddy mit. Ich möchte nicht mehr fotografiert werden. Ich schaue mal, ob ich etwas finde, was dir weiterhilft. Hab einen Moment Geduld. Ich schaue mal, ob ich etwas finde, was dir weiterhilft. Hab einen Moment Geduld. Bevor wir zum Tanzkurs gehen, üben wir etwas auf dem Balkon. Bevor wir zum Tanzkurs gehen, üben wir etwas auf dem Balkon. Bevor wir zum Tanzkurs gehen, üben wir etwas auf dem Balkon. Hier ist unser Angebot. Hier ist unser Angebot. Deutsche Texte mit passenden Bildern. Flugbegleiter werden in der Regel gut bezahlt und erhalten Vergünstigungen wie Freiflüge. Flugbegleiter werden in der Regel gut bezahlt und erhalten Vergünstigungen wie Freiflüge. Elena organisiert ihren Arbeitstag intelligent. Im Mittelpunkt steht dabei das Smartphone. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und so zum Abend. Schnell, dass wir die Ausmaß. Und eigentlich auch poufeiert werden können. Und das ist wichtig. Und das ist bei der Audioqualität. Und das ist eine Ausmaß.